Und jetzt haben wir ein Team zusammengebaut und wir haben jetzt nach eigenen Angaben richtig Schub rausgenommen aus dem Traktor, aus dem Quinturbo, den Qualsler Heli. Ich bin gespannt. Der erste Start nach dem Cat-Vissel steht an. Was passiert hier in dieser Klasse? Der Ritt aus der Kanonenkugel geht weiter und der schwedische Champion ist zu Gast in Tassvore. Es ist der Hartz-Poluse Wahnsinn, er kriegt diese mächtige Radbritfall jetzt nicht mehr runter auf die Erde. Der Riss-Poluse reißt ab. Oh, was er handelt. Oh, was er handelt. Wer will da nur spielen? Wer will da nur spielen? Der producto macht einen crisgten AFT, wieder voll이라는. Beide 90 Meter Marke, kommt das raus. Beide 90 Meter Marke, kommt das raus.